Das normale und gewöhnliche Erregungsmittel für das menschliche Ohr sind Erschütterungen der umgebenden Luftmasse. Untertitelung des ZDF, 2020 Erfüllung eines Menschheitstraumes, deutsches Reichspatent Nummer 109.569, das vergänglichste am Menschen ist die Stimme. Diese neue Erfindung hat mich sehr interessiert und ich danke sehr für die Vorführung dasselbe. Erfindungsgegenstand, Gestell A, Achse B des sich drehenden Zylinders C, Kern E des Elektromagneten mit geeignetem Druck, ergibt sich die merkwürdige Tatsache, dass man mit dem Apparat das wieder hört, was man vorher in denselben hineingesprochen hat. Der Ton muss festgehalten werden. Ein 35-Jähriger hört etwa nur noch bis 15.000 Hertz. Der Ehrgeiz der Technik. 1934. Tonträger mit Billionen Molekularmagneten. Magnetophonband. Polyvinylchlorid. Loviterm. Recken. Grundfolie. Eisenoxydispersion. Tonfolie. Charge. Schneiden. Hystereseschleife. Geneuipes. Abschuss. Melonen. Bartosz. Jörg. Häuslein Häuslein Das Gegenwärtige wird festgehalten. Wiedergegeben wird das eben Vergangene zum historischen Dokument. Armer Häuslein bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst. Häuslein hüpft, Häuslein hüpft, Häuslein hüpft. Dokument 1, Reportage. Dokument 2, Medizin. Dokument 3, Ethnologie. Dokument 4, Flugsicherung. Dokument 5, Ethnologie. Golf, Charlie, Delta, this is Tower X1, report, approach flights inside, over. Tower X1, this is Golf, Charlie, Delta, roger, Wilco. Charlie, Delta, approach flights inside, over. Tower X1, roger, wind 160, 10 knots, cleared to land. Charlie, Delta, roger, cleared to land. Dokument 5, Ethnologie. Dokument 6, Rundfunk. Rundfunk. Heiteng enjoyed. Heiteng ten. testosterone. Hamburg, Hamburg, Hamburg. Hamburg, Hamburg, Hamburg. Hamburg, Hamburg, Hamburg. Schreiben Sie bitte, sehr geehrte Herren. Ihr Wertes vom Zwölfen in den Händen. Ihr Wertes vom Zwölfen in den Händen. Ihr Wertes vom Zwölfen in den Händen. Nein, nein, ändern Sie das, Frau Schmidt. Ihr Wertes Schreiben vom Zwölfen in den Händen möchten wir Ihnen unserer Fährte an Bay beifügen. Der technische Lakaai als Informationsmaschine. Guten Tag, ich bin der Antarktiskühlschrank. Mein Kühlsystem hält Butter, Eier und sonstiges immer frisch und hochsommerlich warm. Temperaturen bis über 30 Grad ansteigen. Selbst in der Wüste bleibt Ihr Bier angenehm gekühlt. Gemüse behält tagelang seinen hohen Vitaminwert. Die Wissenschaft kämpft gegen den Verderb. Wobei die Anlage regelrechter Kindergärten beobachtet wird, in denen die jungen Tiere unter Erwachsenenaufsicht gehalten werden. Man bäckt sie ungefähr 20 Minuten bei kleiner Hitze und schneidet sie nach dem Erkalten durch. Immer guten Appetit durch technischen Fortschritt. Unser Absorber verhindert etwaige Geruchsbildung. Werden jedoch manchmal mit kalten Strömungen weiter nordwärts abgetrieben. Vor starker Abkühlung schützen sie sich. Im dritten Stock Trikotagen, Gartenmöbel, Lederwaren, Porzellan und Spirituosen. Kühe langsam, sonst mittel, Kälber ruhig, Schweine nicht neu notiert, Schafe belebt. Wir danken und wünschen Ihnen frohe Feiertage. Auf Wiederhören, auf Wiederhören, auf Wiederhören. Elektronische Musik Vorrichtung zur Erzeugung elektrischer Schwingungen und deren weitgehende Variationsmöglichkeit in Verbindung mit Spielmanualen, automatischen Regelschaltungen, Klangwandlern, Verstärkern, Schallstrahlern und mit Tonbandgeräten variabler Geschwindigkeiten. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 F-Dur-Thema Ein Mensch geht, akustisch und optisch. Ein Mensch geht, akustisch und optisch. Das war's. Wollen Sie mich umsonst, Leutnant? Ist der Preis zu hoch? Sie hassen mich, nicht wahr? Nein, ich hasse Sie nicht. Ich bin nur hungrig und... Doch, ich hasse Sie! Ich will Ihnen alles geben, was Sie brauchen, nur... Sie wollen mich nicht kaufen, so meinen Sie es doch nicht wahr. Ich weiß nicht, was ich meine. Das ist alles so. Es ist nicht schön zu hungern. Zwei Brote, zwei gute braune Brote, die können das kostbarste sein auf der Welt. Das ist doch nicht wahr. Das kann doch nicht wahr sein. Nein, das ist nicht wahr. Ich hasse Sie nicht. Ich bin auch allein. Danke, fühl mich gut. Bild aufzuhören und bitte zurückfahren. Das Bild wird in Lichtpunkte verschiedener Helligkeit zerlegt, die in magnetische Impulse umgeformt, vom Band aufgenommen, gespeichert und wiedergegeben werden. Das ist nicht schön zu hungern. Doch, ich hasse Sie! Das ist nicht wahr. Ich hasse Sie nicht. Ich bin auch allein. Danke. Führe ich gut. Im Alpenvorland stießen wir auf einen Messtrupp für Ölexploration, verständlicher gesagt für Erdölsuche. Wir sprachen den Leiter des Trupps, Diplom-Ingenieur Hartung, einen ruhigen... Herzlich zum Schuss! Herzlich zum Schuss! Beim nächsten! Beim nächsten! Die Aufgabe der Geophysiker ist nun, durch seismische Reflexionen die Struktur der Erdrände bis zu vielen tausend Meter Tiefe zu untersuchen. Diplom-Ingenieur Hartung erklärte uns die Methode, mit der hier das... Fertig zum Schuss! Fertig zum Schuss! Nämlich mit dem so genannten Reflexionsverfahren. 24 nebeneinander liegende Magnetköpfe nehmen die seismischen Wellen der Schüsse auf. Die Magnetbänder werden zur Zentrale geschickt und die endgültige Auswertung mit einer Wiedergabebefassung verfolgt. Fertig zum Schuss! Die Flügel kann dort mit den anderen gemischt werden und der Prozentsatz der Mischung am meisten maligiert werden. Dadurch ist es möglich, die Hyperbel-Krümmung der Reflexionen für den interessierenden Tiefenbereich auszuschalten und die geneigten Reflexionen aufzurichten. Die nebeneinander liegenden Seismogramme geben dann über Lichtschreiber ein anschauliches Bild der unterirdischen Struktur dieser Landschaft, von der wir bisher lediglich die herrliche Oberfläche, die fette Milch und den hervorragenden Käse kannten. Fertig zum Schuss! Fertig zum Schuss! Fertig zum Schuss! Öl Elektronisch gesteuerte Papierschneidemaschine. Schnittprogramm mit vorgedruckten Schneidzeichen. Fotozelle zum Abtasten und Übertragen des Programms auf Magnetband. Aufnahme der Schaltmarken im Programmspeicher Reihe 1. 60, 58, 56, 54, 52, 50, 45, 38, 35, 32, 29, 28, 24, 23, 19, 18, 14, 12, 10. Wiedergabe des Programms. Wiedergabe des Programms. Rücklauf auf Programmanfang. 60, 58, 56, Halt! Programmspeicher wechseln Reihe 3. Schnittgenauigkeit plus minus fünfhundertstel Millimeter. Magnetimpulse, Sprache der Maschinen. Maschinen sprechen zu Maschinen. Maschinen produzieren Maschinen. Maschinen kontrollieren sich selbst. Maschinen korrigieren sich selbst. Automatik umschließt alle erdenkliche Mechanik. Zahlen können alles bedeuten. Das Gemeinsame der Individuen ist das Individuelle der Gemeinschaft. Zahlen stehen für Begriffe. Männlich, weiblich. Zahlen werden als Impulse elektronisch gezählt. 121 Radfahrer, 389 Ja-Sager, 72 Linkshänder, drei Sonstige. Zahlen werden als Impulse elektronisch sortiert. 37% Radfahrer, 63% Nichtradfahrer, 89% Ja-Sager, 11% Nein-Sager, 3% Linkshänder, 97% Rechtshänder, 40% Sonstige, 60% Nichtsonstige. Zahlen werden als Impulse elektronisch kombiniert. Rechtshändige Radfahrer bevorzugen Nein-Sagende sonstige. Zählen, sortieren, kombinieren. Elektronische Rechenanlagen ziehen Schlussfolgerungen aus magnetisch gespeicherten Voraussetzungen. Bearbeitung eines Auftragseingangs. Auftragseingabe, Wareennummer, Stückzahl. Zuordnung, Artikel zu Einzelpreis. Multiplizieren, Einzelpreis mal Stückzahl. Abfragen, Porto und Verpackung. Magnetspeicher für Endsummenbildung. 185,50 plus 690 plus 460. Ergebnis. 197,0. Auftragsausführung, Zusammenstellung, Verpackung, Versand. Rechenzeit 30 Millisekunden. Der Magnetspeicher bietet an, 12.000 fünfstellige Zahlen, 3.000 Mal in der Minute. Aus gegebenen Voraussetzungen ziehen Elektronenrechner Schlussfolgerungen. Langfristige Wettervorhersagen werden mit einer Genauigkeit von 92 Prozent errechnet. Gleichmäßige Verteilung der heute produzierten Nahrungsmittel bedeutet Unterernährung für alle. Berechnung des Ertragszuwachses pro Investitionseinheit wasserwirtschaftlicher Anlagen. In den Händen von 30 Prozent der Erdbevölkerung befinden sich 80 Prozent der verfügbaren Güter. Programmierung des Großmaschineneinsatzes in Steppengrasgebieten. Alle 24 Stunden vergrößert sich die Zahl derer, die satt werden müssen, um 70.000. Untersuchungen über die Rentabilität der Düngung auf Weideflächen in Australien. Das chinesische Wort für Friede ist Ho Ping, das heißt Nahrung für alle. Ein Straßenbauprogramm schafft 880.000 Arbeitsplätze in 224.000 Betrieben. In 40 Jahren wird sich die Erdbevölkerung um drei Milliarden Menschen vermehrt haben. Aus gegenwärtigen Voraussetzungen ziehen Elektronenrechner Schlussfolgerungen für die Zukunft. Das Band nimmt auf und gibt wieder. Das Band ist ein neues Werkzeug. Es hat ein Funktionsprinzip für alle Anwendungen. Ein Negerstamm in Zentralafrika verehrt Gartenzwerge als Gottheiten. Eine Raketenstufe rast 7329 Kilometer am Mond vorbei in Richtung Venus. Neun Zehntel des Erdbodens werden von Hacke und Holzflug bearbeitet wie vor 8000 Jahren. Irdische Satelliten umkreisen die Sonne. Das Band ist ein Werkzeug. Werkzeuge verändern die Welt. Diese neue Erfindung hat mich sehr interessiert und ich danke sehr für die Vorführung dasselbe.